Was ist die Firma Adventure zum 5-jährigen Jubiläum? Neue Lösungen zu schaffen, die die berühmten Pain-Points der Kunden lindern und ich meine, da ist ein Zeichen gesetzt für eine ganz neue Form der Produktentwicklung und ich glaube, alle, die bei Adventure mitmachen, es ist inzwischen eine große Mitarbeiter-Schar, können stolz sein auf das, was hier bereits geschaffen wurde. Herzliche Gratulation und ich wünsche Ihnen allen auch weiter für die Zukunft viel Freude und Erfolg.